Willkommen! Wir werden uns hier anschauen, wie man diese Doppelwurzel auflösen kann und am Ende des Videos das Ganze natürlich auch verallgemeinern. Bevor wir loslegen, sollten wir allerdings an dieser Stelle die Problematik klären. Und zwar, Doppelwurzel kann man sehr einfach auflösen, wenn die Terme unter der Wurzel zum Beispiel mit mal verknüpft sind oder auch mit geteilt. Dann kann man einfach die Wurzel zerlegen, entsprechend hätten wir sowas hier. Und wenn man sich daran erinnert, dass eigentlich bei einer Wurzel immer eine unsichtbare 2 hier steht, es handelt sich ja um die quadratische Wurzel, dann kann man einfach 2 mal 2 rechnen und somit hat man ein zusammengefasster Term bzw. zerlegter Term. In unserem Fall sieht das Ganze ein bisschen anders. Und zwar, die zwei Terme unter der Wurzel sind mit Plus oder können auch mit Minus verknüpft sein. Und genau das ist hier das Problem, wie man sowas auflösen kann. Nachdem wir das geklärt haben, können wir eigentlich loslegen. Also, damit wir diese Doppelwurzel verschwinden lassen, müssen wir natürlich die äußerste Wurzel wegkriegen. Und eine Wurzel kriegt man nur dann weg, wenn man unter der Wurzel einen quadratischen Term hat. Also ein Term, der verallgemeinert diese Form hier hat mit hoch 2. Also ich habe das jetzt so dargestellt als eine Klammer mit hoch 2. Wenn wir einen passenden Term hier hätten, dann könnten wir einfach sagen, dass sich die Wurzeln und die hoch 2 gegenseitig aufheben. Und damit hätten wir unser Ziel erreicht. So, jetzt diese Klammer mit der hoch 2 sollte euch natürlich an eine gewisse binomische Formel erinnern, die ich auch auf der rechten Seite eingeblendet habe. Und das bedeutet, wir schnappen uns jetzt das, was unter der großen Wurzel steht, dieser 3 plus Wurzel 8, und formen es so um, dass daraus eine binomische Formel entsteht. Deshalb schreibe ich jetzt diesen Term auch hier auf der linken Seite. Also wir haben 3 plus Wurzel aus 8. Naja, wie eine binomische Formel sieht das jetzt im Moment noch nicht aus. Also, aber wir können ein paar Sachen hier vereinfachen. Zum Beispiel in erster Reihe könnte man die Wurzel 8 ein bisschen anders schreiben, und zwar zerlegen in Wurzel aus 4 mal 2. Aus diesen Termen könnte man praktisch teilweise die Wurzel ziehen. Also wir hätten dann praktisch 3 plus Wurzel aus 4 sind 2, also eine 2 kommt vor der Wurzel und eine 2 bleibt weiterhin unter der Wurzel. Jetzt sieht es schon ein bisschen besser aus, weil, wenn wir den zweiten Term anschauen, wenigstens haben wir hier die 2, die bei der binomischen Formel in der Mitte steht, also mit dem 2ab. Gut, wenn dieser Term jetzt 2ab ist, was uns die binomische Formel so vorschreibt, dann können wir hier ein bisschen ein paar Zusammenhänge erkennen. Also 2 ist 2, a müsste dann dieser Wurzel 2 sein, und b müsste unsichtbar sein. Naja, das wäre nur unsichtbar beim Produkt, wenn b 1 ist. Also, das ist schon mal die erste Vermutung. Jetzt muss man nur die restlichen Zahlen anpassen. Also 3 sieht auf gar keinen Fall aus wie a². Aber die 3 könnten wir dann auch entsprechend zerlegen. Zum Beispiel, die beste Zerlegung, die wir jetzt bräuchten, wäre 2 plus 1. Also ich kann statt 3 2 plus 1 und dann plus 2 Wurzel 2 mal 1 schreiben. Und wenn ich diesen Term ein bisschen anders ordne, dann haben wir 2 plus 2 Wurzel 2 mal 1 und entsprechend am Ende noch plus 1. Und wenn ihr diesen Term jetzt mit unserer binomischen Formel auf der rechten Seite vergleicht, dann erkennt ihr, dass alles passt. Also wir hätten hier unser 2ab und hier vorne steht eine 2, aber das ist ja nichts anderes als Wurzel 2 ins Quadrat. Also das wäre unser a². Den Rest schreibe ich vorerst ab. Und die hintere 1 kann man natürlich entsprechend auch als 1 hoch 2 schreiben. So, und damit hätten wir es geschafft. Wir könnten diesen Term als eine Klammer mit hoch 2 schreiben. Also a ist Wurzel 2 und b ist 1. Und damit haben wir unser Ziel indirekt schon erreicht. Also wenn wir jetzt oben gehen hier, dann könnten wir sagen, wir haben dann Wurzel aus Wurzel 2 plus 1 alles ins Quadrat und die hoch 2 und die Wurzel heben sich gegenseitig auf. Also lautet unser Ergebnis einfach Wurzel 2 plus 1. Und jetzt für den einen oder anderen von euch vielleicht eine gute Nachricht. Wenn ihr auf diese quadratische Ergänzung von vorher keine Lust habt, es gibt tatsächlich auch eine Formel dafür. Ja, so sieht die Sache verallgemeinert aus. Beim ersten Blick katastrophal, also auf der rechten Seite sieht die Zerlegung deutlich schlimmer aus, als auf der linken Seite, aber die Formel funktioniert. Und genau das werden wir jetzt auch noch anhand unserer Terms hier testen. Also, wenn ihr unser Term mit dem Anfang dieser Formel vergleicht, dann solltet ihr schnell nachvollziehen können, dass a 3 sein muss und b 8. Und wenn wir das jetzt alles in dieser Formel einsetzen, sieht das Ganze so aus. Und jetzt versuchen wir einfach mal zusammenzufassen. Also die große Wurzel hier behalte ich halt vorerst bei. Und wir fangen an, indem wir das hier, also die innerste Wurzel zusammenfassen. Da haben wir 3 hoch 2 sind 9, 9 minus 8 ist 1. Wurzel aus 1 ist ebenfalls 1. Also haben wir oben im Zähler nur noch 3 plus 1 geteilt durch 2. 3 plus 1 sind 4 und 4 geteilt durch 2 sind natürlich 2. Also da haben wir hier nur noch Wurzel 2 stehen. Genauso ähnlich auch bei dem hinteren Term. Wir wissen jetzt bereits, dass hier aus der Wurzel eine 1 rauskommt. Und dann hätten wir praktisch oben im Zähler 3 minus 1. Das sind ja 2. Geteilt durch 2 sind 1. Also wir hätten da nur noch Wurzel aus 1. Und Wurzel aus 1 sind 1. Somit lautet unser Ergebnis Wurzel 2 plus 1. Also wie ihr sehen könnt, funktioniert die Formel. Aber wir sind damit noch nicht fertig. Es gibt noch 2 wichtige Sachen, die ihr in diesem Zusammenhang auf jeden Fall mitnehmen solltet, die ich gleich erklären werde. Davor allerdings einen kleinen Hinweis in Bezug auf diese Formel. Der eine oder andere von euch fragt sich wahrscheinlich an dieser Stelle, wozu braucht ihr denn sowas? Naja, solche Sachen werden vor allem benutzt, wenn man Zulassungsprüfungen an renommierten Unis wie Cambridge oder Oxford ablegt. Da zählen solche Formeln eigentlich als Grundlagen. Also so wie bei uns im deutschsprachigen Raum die binomischen Formeln als eine Grundlage zählen, zählen dort solche Formeln als Grundlagen. Also es wird angenommen, dass ein Bewerber das automatisch kennt und anwenden kann. Und noch was, auf die Herleitung dieser Formel verzichte ich jetzt mit Absicht. Wenn jemand trotzdem Interesse hat zu wissen, wie sowas entsteht, kann ich gerne unter dem Video noch ein paar Hinweise, so schrittweise geben, wie man das Ganze hinkriegen könnte. Zwei Kleinigkeiten wären in diesem Zusammenhang allerdings noch zu klären. In erster Reihe, ob diese Taktik, beziehungsweise diese Formel, die wir jetzt angewandt haben, immer funktioniert. Die Antwort ist einfach. Nope. Man kann natürlich nicht immer aus einer Zahl und einer Wurzel eine binomische Formel bilden. Und das bringt uns natürlich zu der nächsten Frage. Wie kann man bei so einem Term sehr schnell überprüfen, ob die Vorgehensweise oder die Formel funktionieren oder nicht? Na ja, ganz einfach. Die Antwort findet ihr in dieser Formel hier. Und zwar, ihr betrachtet einfach nur dieser Term hier, also die kleine Wurzel unter der großen Wurzel. Wenn sie sich perfekt auflöst, dann verschwindet auch die obere Wurzel. Ich nehme jetzt mal ein anderes Beispiel, Zahl und Beispiel als vorher. Also wir haben hier Wurzel aus 6 plus Wurzel 20. Und wenn wir jetzt nur diesen Teil der Formel überprüfen, also ist ja klar, a ist 6 und b ist 20, dann hätten wir bei dieser Überprüfung eigentlich stehen, Wurzel aus 6 ins Quadrat minus 20. Und ja, das sind ja 36 minus 20 sind 16. Und so wie jeder weiß, Wurzel aus 16 ist 4. Also für diesen Term würde es auch perfekt funktionieren, man muss nur auf dieser Teil hier der Formel schauen. Dann kann man sofort entscheiden, ob der Term auflösbar ist oder nicht. Übrigens, das Ergebnis dieser Vereinfachung wäre dann, wenn man alles einsetzt und ausrechnet, Wurzel 5 plus 1. Und wenn ihr neugierig seid, könnt ihr das natürlich auch selbst ausprobieren. Wenn ihr Interesse, ähnliche Themen findet ihr in einer Playlist gleich am Ende dieses Videos. Eine Playlist, die ständig aktualisiert wird. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, ein Like, ein nettes Kommentar oder sogar ein Abo kostet nix. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann könnt ihr meinen Kanal trotzdem abonnieren. Wer weiß, vielleicht gefällt euch mein nächstes Video.